Jetzt räum doch endlich dein Zimmer auf. Fang doch schon mal an mit den Hausaufgaben. Mensch, deine Zähne sind ja immer noch nicht geputzt und den Schlafanzug hast du auch noch nicht an. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen? Bist du manchmal eine hängen gebliebene Schallplatte und musst gefühlt alles tausendmal sagen? Dann wirst du lauter und vehementer, damit dein Kind endlich in Aktion kommt und etwas tut. Und es passiert schlichtweg nichts. Ja, und das Resümee davon ist, du zweifelst an dir und deiner erzieherischen Kompetenz und überlegst immer, was ist bei uns anders? Warum klappt es bei uns nicht, aber in anderen Familien funktioniert das wunderbar. Kennst du das? Mein Name ist Daniela Heiser von DanielaHeiser.de und meine Vision ist es, das Familienleben mit hochbegabten, mit unterforderten Kindern zu entspannen, mehr Harmonie und Leichtigkeit, auch wieder Einzug halten zu lassen. Warum ist das so in 95 Prozent meiner Beratungsfamilien? Was musst du tun, damit es bei dir entspannter läuft, damit das Kind einfach mal tut, was gerade ansteht? Ja, du musst deine Kommunikation mit deinem Hochbegabten, mit deinem unterforderten Kind verändern. Ja, eine Kommunikation, die auf die Begleiterscheinungen der Hochbegabung Rücksicht nimmt. Was sind Begleiterscheinungen? Das Thema Perfektionismus, ja, den Drang, die Dinge perfekt machen zu wollen, auch das hohe Autonomiestreben, den Drang, Dinge selber zu bestimmen und auch Sensibilität sind ganz häufig eben Begleiterscheinungen. Ja, die Kommunikation dahingehend zu verändern, dass du genau auf diese Begleiterscheinungen Rücksicht nimmst und dann eben auch wieder mehr Entspannung und Harmonie und Leichtigkeit in deinem Familienleben genießen kannst. Und für Eltern wie dich, da habe ich was Neues, was Tolles, was dich voranbringt, dich und dein Familienleben, das auf das nächste Level hebt. Ja, mein brandneues, intensives, kostenfreies Videotraining. Das nennt sich, oder ja, das ist der Titel des Ganzen ist, die drei großen unbewussten Fehler, die bewirken, dass es bei dir täglich zu Hause zu Streit und Diskussionen kommt. Ich setze dir den Link nach unten, das heißt, du kannst dich da anmelden, such dir einen Termin aus, für dich passt und gemeinsam rocken wir dein Familienleben, damit du an den Stellen, an denen es knifflig wird, an denen du dir den Mund fußlich redest, an denen du wie eine hängen gebliebene Schallplatte klingst, damit es da wieder entspannter bei euch zu Hause läuft. Ich freue mich auf dich.